Ich mache Fullplay, okay? Leute, wir überziehen gerade das Zeug. Und dann geht es für uns auch zu mir zuschauen erst mal und Frisuren machen. Und dann gehen wir uns erst mal an den Start. Was haben wir eben noch gemacht? Kugeltraining. Genau, wir mussten die Kür noch mal durchziehen, weil wir sie noch mal geändert haben. Und dann kommen wir noch ein bisschen drauf. Franzi ist auch dabei. Und jetzt überziehen wir Zeug. Hallo Party People! Hallo! Hallo Leute, willkommen zu unserem ersten Vlog, an dem wir in einem Turnier starten. Wo geht es denn heute hin? Nach Ihnen. Pferd im Tag. Seid ihr ready? Ja. Nehmen wir euch heute mit. Let's go. Los, please. Ja. Carla. Hallo. Was sagst du zum Wetter? Geilo, endlich vieles Wetter. Eier. Hallo. Wir sind jetzt auf dem Weg. In 15 Minuten sind wir schon da. Die Frisuren nehmen Form an. Wie ist die Stimmung? Super. Ich will nicht mal mein Dumpf sein. Riesig. Das sieht auch sehr schön aus. Sieht man nicht hier auch? Ja. Mach einfach nur mal. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, 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 ja. Das war's für heute. Vielen Dank. So, Pflicht ist fertig. Hallo. Nee, aber für, ich sag mal, die Umstände sind wir zufrieden. Bei den Umständen ist frech was. Sagen wir dazu Leonie. Ja. Okay. Eigentlich haben wir ja für den Rosi Wasser geholt, Paulina. Hat es gemundet? Gemundet. Hallo. Hi Bene. Hi. Wir geben jetzt der Conny ihr Geschenk. Zeig mal. Wir haben jetzt ein bisschen zugeschaut und jetzt geht es zum Pferd. Ready machen für die Kühe. Ja. Bereit? Ja. Ich habe Franzis Socke geklaut. Franzi, ich danke dir für deinen Socke. Kein Problem. Mädels, wie fühlt ihr euch? Ja, noch ist noch alles okay. Aber ich werde dann nie aufgehoben kommen. Kleine Schwerpunkt vor dem Start. Wie fühlst du dich? Bist du traurig oder bist du einfach happy hier zu sein? Beides. Beides bisschen. Bald bist du wieder dabei. Du machst ja, du kriegst einen Schmatzer. Miljane, was machst du denn da? Ich dehne meine Nadel und die Zäune sind nicht stabil genug und mir fließt das Blut in den Kopf. Sehr schön. Tschüss. . 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hi, Kiesel! Paulina, komm mal runter. Ja. Okay, wir berichten mal kurz. Wir sind sehr zufrieden mit der Kür. Wir haben sie so noch nie hingekriegt. In vier Minuten. Es geht definitiv mehr. Aber wir sind kaputt. Schaut euch wie an mich ausschaut. Wir gehen jetzt in die Siegerehrung. Siegerehrung, check. Wie viel da sind wir geworden? Dritter. Sind wir zufrieden? Ja. Ja, yes. Es geht jetzt nach Hause. Was für so eine Wuschel. Alte Fette nach dem Start etwas Hunger und so soll es jetzt hier aus. Schmeckt. Wir sind sehr zufrieden. Wir sind sehr zufrieden. Also für die vorhergehende Trainingsphase hätten wir jetzt nichts besseres erwarten können. Genau, deswegen we are happy. Den Satz merke ich viel für Instagram, den hast du schön formuliert. Ja, ist ja so, oder? Wenn du nichts besseres uns vorstellen kannst, das ist sehr korrekt. Ja, das hätte auch anders sein können, du. Und die Leute, die haben jetzt Hunger. Tschüss! Wir sind jetzt noch da, wo Voltis hingehören. Franzi, dürfen wir dich dieses Mal in so einen Kindersitz setzen? Nein. Schade. Endlich essen. Ihr wisst nicht, dass ich da nicht auf diesen Moment gewartet habe. Schön, Franzi. Jetzt geht's ins Bett nach Hause. Oder gehen in TM gucken. Didn't ihr sagen, Adrian? Schön. Jetzt bleiben Sie noch mal zu sehen. Ooh, jetzt beide hatten wir. Bitte antagereuen. Ich beden mich, hall mother. Ich habe nicht einfach stre ia sein können. Kommi, im Mann. Ich habe eine Zeit verheber Du bist vor gesehen hier. Untertitelung des ZDF, 2020